Guten Abend, guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also, ähm, lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander, also, Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das sitzt mein Chef, ich war da an einem Tisch. Das ist unumgänglich, Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, bitte, mein Chef, darf ich... Sarah? Hi! Sie hier? Ja, ich hab ja nen Date! Das ist der... Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße, ich will, dass du nen Aids-Test machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020